Also wir arbeiten wirklich schnell, frech, modern und agil, was heute eigentlich zeitgemäß ist. Und ich würde fast sagen, wir sind wie ein kleines Startup aufgestellt. Die digitale Transformation der Supply Chain beinhaltet die Vernetzung der Lieferanten und der Kunden zusammen mit der Continental, um die Transparenz zu gewährleisten. Die Startup-Kultur lebt ja von Fast-Failer-Kultur. Also sprich, schnell ausprobieren, dann sehe ich schneller, ob das Thema funktioniert oder nicht. Und selbst aus Fehlern lernen wir. Die Mitarbeiter sind agil unterwegs und können ganz schnell sehen, ob ein Thema, eine Innovation, eine Technologie in dieser Fabrik zum Tragen kommt. Die Überlegungen, die wir vor gut zwei Jahren hatten, auf einer hohen Ebene, auf high level in der Theorie, jetzt auch in der Praxis umzusetzen. Sprich, die Technologien, Innovationen, beide Mitarbeiterinnen, beide Mitarbeiter im täglichen Umfeld zu etablieren und dann zu sehen, dass die Mitarbeiter mit diesen neuen Technologien noch mehr Spaß an der Arbeit bei Continental haben. Untertitelung des ZDF, 2020